Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man in einer einfachen Schaltung in ATSpice die Leistung bestimmen kann. Dazu mache ich mal ein neues Schaltbild auf und baue als einfache Schaltung mal wieder eine Reihenschaltung von zwei Widerständen. Ich packe mal den Widerstand 1 nach unten. In der Reihenschaltung ist ja die Reihenfolge egal, weil ich über diesen Widerstand später die Leistung bestimmen will oder die Leistung bestimmen will, die in diesem Widerstand umgesetzt wird. Dafür kann ich hier unten einfacher die Spannung messen. Und diese beiden Widerstände werden von einer Spannungsquelle gespeist. Dann nehme ich das Verdrahtentool, verdrahte das mal hier einfach schon mal so ringsherum. Und da ja hier im Hintergrund die Knotenspannungsanalyse benutzt wird, um das zu berechnen, braucht man einen Bezugsknoten, einen Referenzknoten. Den legt man über diese Masse hier fest. Die packe ich mal hier unten hin. Und dann brauchen diese ganzen Bauelemente noch Werte. Die Spannungsquelle soll mal 11,9 Volt haben. Der Widerstand R2 soll 0,9 Kilo Ohm haben und der Widerstand hier soll 7,1 Kilo Ohm haben. Und jetzt kann man rechnen, okay, das zusammen sind 8 Kilo Ohm bei 12 Volt und 8 Kilo Ohm sollten hier so ungefähr 1,5 Milliampere fließen. Dann kann man das Ganze natürlich mal simulieren und wir wählen dazu wieder DC Operating Point, ein Gleichstrom, Gleichspannungsarbeitspunkt und klicken mal auf OK. Und dann simuliert das hier schon still vor sich hin und sagt, okay, wir haben zwei Knoten, Knoten 1, da gibt es 11,9 Volt und an einem Knoten 2 gibt es 10,5 irgendwas Volt. Und na klar, in einer Reihenschaltung mit nur einer Masche fließt auch überall der gleiche Strom und das sind hier, wie schon vermutet, um die 1,5 Milliampere. So und diese Werte, wenn man hier unten schaut in die Statusleiste, bekommt man die dort auch angezeigt. Das ist der Knoten 001 mit den 11,9 Volt natürlich von der Quelle und das ist dieser Knoten 2 in der Mitte. Und damit das nicht so verwirrend ist, gebe ich diesen Knoten mal jetzt noch Namen und nenne den mal U1 hier in der Mitte, weil das die Spannung ist wirklich über dem Widerstand R1. Und nenne den Knoten hier oben mal Ugesamt, weil das die Gesamtspannung ist und schließe auch diesen an und simuliere dann nochmal mit Space kann man das so skalieren, dass das gut drauf passt. Und dann sieht man, okay, die Spannung an dem Widerstand R1, das Potenzial an diesem Knoten ist das und das ist die Gesamtspannung. So, jetzt kann man daraus natürlich mal die Leistung bestimmen. Das mache ich mal hier für die ideale Schaltung. Später werden wir noch schauen, was passiert, wenn man das Strom und Spannungs richtig misst. Und um die Leistung zu bestimmen, brauchen wir auf jeden Fall die Spannung in Volt. Wir brauchen den Strom in Ampere und wenn wir die miteinander multiplizieren, kommt da die Leistung in Watt raus. Und dann kann ich die Werte hier einfach kopieren und füge die hier mal ein. Und muss aus dem Punkt hier ein Komma machen, damit das übernommen wird, dann haben wir da diesen Wert. Genau das gleiche kann ich für den Strom machen. Einmal mit STRG C kopieren und einmal hier einfügen und ebenso aus dem Dezimalpunkt ein Dezimal Komma machen. Und dann kann man hier schon diese beiden Werte miteinander multiplizieren, um die Leistung zu bestimmen. Und kann so im Kopf rechnen, okay, 10 Volt mal 1,5 Milliampere sollten sowas wie 1,5 Milliwatt rauskommen. Das sind ja ein bisschen mehr als 10 Volt, deswegen auch ein bisschen mehr als 1,5 Milliwatt. Aber so im Großen und Ganzen, nee halt, 10 Volt mal 1,5 Milliampere macht natürlich 15 Milliwatt. 15,7 Milliwatt. So, und wenn ich das mal wieder schließe und man wieder hier unten hinschaut, in die Statusleiste von dem LTSpice, ich mit der Maus hier drüber fahre über den Widerstand, dann sieht man auch, okay, da werden genau diese 15,709 Milliwatt ebenso angezeigt. Okay, das war jetzt die ideale Schaltung. Ich speichere das mal kurz ab als ideale Schaltung. Und was ich als nächstes anschauen möchte, ist, dass wenn man das Ganze jetzt in der Praxis machen würde, tatsächlich aufbauen würde, diese Schaltung, würde man natürlich Messgeräte nehmen, um das zu messen, ein Ampermeter, ein Voltmeter. Und die haben natürlich jeweils einen Innenwiderstand. Das Ampermeter einen sehr kleinen Innenwiderstand, das Voltmeter einen relativ großen Innenwiderstand. Aber einen endlich kleinen, endlich großen Innenwiderstand. Und die haben natürlich einen Einfluss auf die Schaltung. Und das Erste, was wir uns mal anschauen wollen, wäre die spannungsrichtige Messung. Also ich packe jetzt direkt zu unserem Widerstand R1, an dem uns die Leistung interessiert, das Voltmeter parallel. Einen Voltmeter gibt es jetzt nicht, aber es geht uns auch nur um den Einfluss des Voltmeters, den das hat. Das Voltmeter soll mal 190 Kilo Ohm Innenwiderstand haben. Das ist, ja, auf jeden Fall mehr im Vergleich zu dem Widerstand. Hier ist auch jetzt kein untypischer Wert. Ich nenne mal das halt R Voltmeter. Das ist nicht das Voltmeter, aber das wäre der Innenwiderstand von dem Voltmeter. Und das Voltmeter ist jetzt eben direkt parallel zu dem Widerstand angeschlossen. Also wir messen exakt die Spannung über dem Widerstand. Und das Ampermeter, ich mache jetzt mal hier die Schaltung ein bisschen größer, dass ich an diesen Knopf hier rankomme. Und ziehe mal diesen Teil der Schaltung noch ein bisschen nach oben, sodass ich da noch ein bisschen Platz habe, das Ampermeter anzuschließen. Das kommt jetzt hier noch mit dazwischen. Das Ampermeter soll mal 6,7 Ohm haben, eben einen relativ kleinen Innenwiderstand, der jetzt aber für einen Ampermeter auch vergleichsweise groß wäre. Und nenne ich auch mal diesen Widerstand um und nenne den mal R Ampermeter. Das ist eben nicht das Ampermeter, das misst uns nicht direkt den Strom, aber das baut uns den Einfluss nach, bildet den Einfluss nach, den den Innenwiderstand des Amperimeters hat. So, und dann kann ich diese Schaltung schon wieder simulieren. Und schreibe mal hin hier, das wäre jetzt die spannungsrichtige Messung. Und was sehen wir da? Also wir sehen den Strom, den wir mit dem Ampermeter messen würden, der durch das Ampermeter durchfließt. Das ist dieser hier. Muss ich wieder aus dem Punkt ein Komma machen. Der ist jetzt ein bisschen größer geworden. Kann man sich jetzt überlegen, warum ist der halt so ein bisschen größer geworden? Naja, hier fließt ja jetzt eben noch ein bisschen Strom auch durch das Voltmeter. Das ist halt das Problem. Also die Spannung messe ich richtig, aber den Strom messe ich falsch, weil ich noch den Strom mitmesse, der auch durch das Voltmeter fließt. Nichtsdestotrotz sollte wir natürlich die Spannung einigermaßen gleich messen. Die Spannung U1 über den Widerstand hier, die ist jetzt auch ein bisschen kleiner geworden. Kann man schauen im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Also kann man sich auch überlegen, warum ist die kleiner geworden? Also erstens ist ja hier noch ein Widerstand dazugekommen. In dieser gesamten Reihenschaltung fällt die Spannung, die von der Quelle kommt, jetzt noch über einen gesamt größeren Widerstand ab. Außerdem ist der Teil hier unten ist eben kleiner geworden im Vergleich dazu, weil ich ja hier eine Parallelschaltung von 12 Durchschnitten habe. Also der Strom ist größer geworden, die Spannung ist ein bisschen kleiner geworden. Jetzt können wir daraus wieder die Leistung ausrechnen. Und dann sieht man, die Leistung ist halt trotzdem größer geworden. einfach, weil, naja, der Strom hier größer geworden ist. Und jetzt kann man eben an der Stelle aus diesen beiden Sachen noch den relativen Fehler ausrechnen, beziehungsweise die Messabweichung. Ich habe hier mal den passenden Wikipedia-Artikel zugesucht. Ergibt sich eben aus dem falschen Wert oder dem Wert mit der Abweichung minus den richtigen Wert durch den richtigen Wert mal 100%. Also ich schreibe hier mal drüber die Messabweichung. Und schreibe da mal der Vollständigkeit noch hinter in Prozent. Und dann kann man das ja einfach ausrechnen, dass es eben, wie man in der Formel gesehen hat, der Wert mit der Abweichung minus der richtige Wert geteilt durch den richtigen Wert und das Ganze mal 100%. Und dann sieht man, okay, das sind 2,5, äh, nee, 2,9, 2,69%. Abweichung, die jetzt die spannungsrichtige Messung drüber liegt über dieser Leistung, die wir aus der Idealentschaltung bestimmen können. Okay, das Letzte, was ich jetzt noch zeigen möchte in diesem kurzen Video ist, was passiert, wenn man das jetzt umdreht, wenn man jetzt Strom richtig misst. Und dafür gehe ich mal wieder hier zurück und, ähm, lösche mal das weg, die Verbindung hier und ziehe mal jetzt das Ampermeter ein Stück nach unten. Also wir messen jetzt wirklich den Strom direkt an dem Widerstand. Also wir messen jetzt den richtigen Strom, wirklich den Strom, der nur durch den Widerstand durchfließt, nicht durch das Voltmeter. Dafür, dem, also, ne, wo Licht ist, ist auch Schatten, jede Rose hat auch Dorn, ähm, wie die Amerikaner sagen, der ist no free lunch. Den Preis, den wir jetzt dafür bezahlen müssen, ist, wir messen jetzt zwar den Strom richtig, aber wir messen die Spannung falsch, weil wir mit dem Voltmeter gleichzeitig auch die Spannung hier messen, die noch über dem Ampermeter abfließt. Und da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, ähm, also dieser Widerstand hier ist halt nochmal deutlich, deutlich kleiner als dieser hier. Ähm, also ungefähr ein Faktor 1000 kleiner. Also vermutlich ist der Fehler, den wir jetzt machen, halt deutlich geringer, ne. Vorhin war das so, der Widerstand hier war zwar auch kleiner als dieser hier, aber von 7 bis 190 liegen halt nur so, ähm, ähm, ja, Faktor, ähm, 25 oder so vielleicht dazwischen oder, ähm, 30 oder sowas in dem Dreh. Keine Ahnung, ähm, müsste man jetzt mal konkret ausrechnen. Also auf jeden Fall ist der, der Unterschied hier zwischen diesen beiden Widerständen ist viel, viel größer als der Widerstand, als der Unterschied zwischen diesen beiden Widerständen. Und deswegen würde ich jetzt mal so vermuten, dass die stromrichtige Messung, das ist die stromrichtige Messung, dass die einen kleineren Fehler liefert. Und das probieren wir jetzt einfach aus. Wir klicken hier auf Simulieren und nehmen mal die Spannung, die wir jetzt wieder messen an, mit unserem Amperemeter oder an diesem Knoten, ähm, U1 und das sind 10,5, ich stelle das mal kurz um in die richtige Schriftart, ähm, ja, 10,51 Volt, also da können wir jetzt wieder ein bisschen überlegen, ähm, das, ja, naja, sollte jetzt eigentlich ungefähr dem Wert der idealen Schaltung auch wieder entsprechen, aber, ähm, hier ist jetzt ein bisschen was dazugekommen, das macht natürlich die Spannung größer, die wir hier messen, aber hier haben wir auch wieder einen Widerstand parallel geschaltet, deswegen wird dieser Gesamtwiderstand dann auch wieder kleiner im Vergleich zu dem, naja, und deshalb nimmt die Spannung jetzt ja auch ein bisschen ab. Nicht ganz so stark wie vorher, aber im Vergleich zu der idealen Schaltung ist die Spannung kleiner geworden. Einfach, weil dieses parallel geschaltete Voltmeter, ähm, gegenüber diesem Widerstand hier, die, den Gesamtwiderstand dieser Parallelschaltung hier unten kleiner macht. Okay, dann können wir gucken, was fließt denn durch unser Amperemeter durch oder als Strom durch den Widerstand, der den Innenwiderstand dieses Amperemeters kennzeichnet. Das sind jetzt 14, irgendwas Milliampere, ne, das ist jetzt halt kleiner geworden im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten, weil auch wieder Strom parallel hier fließen kann und weil wir jetzt den Strom, der hier parallel fließt, nicht mitmessen, so wie das vorher der Fall war. Aus den beiden kann man jetzt wieder die Leistung ausrechnen und wenn ich das Bild hier wieder ein bisschen größer mache, ähm, dann muss ich jetzt mal vorsichtig diese, ähm, ach, die, 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 die schreibe ich jetzt einfach schon nochmal schnell neu hin. Also das war der Wert mit der Abweichung minus den richtigen Wert, geteilt durch den richtigen Wert und das Ganze halt geteilt durch den richtigen Wert und das Ganze mal 100%. Und dann sieht man, da gibt es jetzt eine negative Messabweichung, ne, die Leistung hier ist ein bisschen kleiner geworden, äh, 15,5 Milliwatt im Vergleich zu den 15,7, die wir vorher hatten, minus 1% kleiner. Aber der Fehler, die Messabweichung ist nicht ganz so groß wie bei der spannungsrichtigen Messung zuvor. Damit ist in diesem Video kurz gezeigt, wie man Leistung in IT-Spice bestimmen kann und wie sich die Leistung ändert, je nachdem, ob man das jetzt in der Praxis spannungsrichtig oder stromrichtig messen würde.